Moin Leute, was geht heute zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute wieder mit mir im Zult. Heute spielen wir wieder mal House Flipper, mein Lieblingsspiel. Das ist wirklich cool. Da habe ich jetzt schon einiges noch ein bisschen weiter gedacht. Eine Sekunde lang. Wie wir das Haus hier gestalten sollen, weil wir müssen es ja hier gestalten, Halskörper einbauen. Wir haben ja eh schon viel gebaut, aber wir brauchen halt noch ein bisschen was. Das musste kurz sein. Das triggert sonst halt richtig. Kann man eigentlich auch Fenster verkaufen? Braucht doch nicht drei Fenster hinter... Oh, doch kein drei Fenster... Oh, Fenster reinigen, die muss ich... Du bist ja auch so noch schlau. Jetzt muss ich noch alle reinigen. So ... Die Fenster reinigen. Oh! Jetzt kaufen. Das Spiel ist ohne Unterhaltung. Von mir ist er... ...matt. ... 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 keine Kausch, ich mache einfach nur einen Sessel hin. Benutzen. Oh, das sieht doch schön aus. Vielleicht ein bisschen armselig. Vielleicht sollte ich mal einen Tisch holen. Tisch? Frage. Vielleicht mal ein bisschen... Ja, der einfache Tisch. Das ist ja schön. Dann kann man hier, warte... Dann tue ich hier... Oh, ich zeige mich hier ein bisschen. Äh... Okay, dann habe ich hier jetzt einen Tisch. Äh... Tisch. Warte, äh... Stuhl. Dann nehmen wir hier auch noch. Dann nehmen wir so einen billigen hier. Tausche viele... Klausche viele... Das war's. Also ich verkaufe das Haus. Dreiundvierzig, oh mein Gott, fünfundvierzig, fünfundvierzig. Angebot ab, äh, shift und das verhandeln. Dann würde ich nochmal um Roni, um zwei Ronis, äh, shift. Ja! Annehmen! Und ich würde jetzt mal sagen, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal! Ciao, Leute! Ciao! Ciao! Ciao!